Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Ich begrüße Sie aus dem Eisenbahnmuseum in Utrecht. Hier findet bereits zum vierten Mal die Modellbahnausstellung On Trax statt. Und wir haben einige herausragende Anlagen für Sie herausgepickt. Das war ein Foto im Eisenbahnjournal, was mir gefallen hat, in der Bahnhof San Vitore. Und das war eigentlich so der Auslöser, dann erst den Bahnhof als Diorama zu bauen. Aus dem Bahnhof ist dann eine ganze Anlage geworden, wo ich seit über zehn Jahren dran arbeite. Das Großteil sind Güterzüge, die auf der Strecke fahren, auch im Rollbockverkehr, wo halt Normalspurfahrzeuge auf einen Schmalspurwagen geladen werden. Das ist eigentlich damals der Hauptbetrieb gewesen zu einem Stahlwerk in San Vitore, was jetzt auch nicht mehr existent ist. Das ist in den 90er Jahren abgerissen worden, meine ich. Ja, das ist so die Hauptlast. Und dann halt so diverse Zementsilowagen oder gedeckte Güterwagen, offene Güterwagen. Das sind so die Fahrzeuge. Und halt ab und zu auch ein Personenzug fährt auf der Strecke mit den ganz alten Personenwagen, der rätischen Bahn. Die Landschaft ist auf meinem List gewachsen und die Kollegen Peter Putzka, Markus Putzka und Kai Uecker haben den elektrischen Teil gemacht und ohne die wäre es auch nicht gegangen. Die Originalfahrzeuge, es ist unter anderem ein Triebwagen im Selbstbau entstanden, aus der Ursprungszeit noch. Dann ein Triebwagen der rätischen Bahn, der in den 50er Jahren, meine ich, neu angeschafft wurde für diese Bahn. Und dann habe ich jetzt noch für diese Ausstellung zwei Bernina-Triebwagen laufen, die ähnlich aussehen, um jetzt hier den Zuschauern auch dauerhaften Zugbetrieb zu zeigen. Ich war fünfmal da, über mehrere Jahre verteilt. Auch in verschiedenen Jahreszeiten und ja, ganz viele Detailaufnahmen zu machen. Dann auch die Hintergrundaufnahmen. Ich habe, ich glaube, über 200 Fotos aus diesem Streckenabschnitt gemacht, um halt diese Strecke so nachzubauen. Der Hintergrund ist für mich eigentlich so mit das Wichtigste gewesen. Ohne Hintergrund ist die Anlage, ist sie tot aus meiner Sicht heraus. Es war auch erst überlegt, einen Himmelhintergrund zu machen, aber dann haben wir uns dann doch entschlossen, wirklich den Original-Hintergrund abzufotografieren und den dann auszudrucken und hinterzusetzen. Natürlich mussten wir noch Abstriche machen, aber ich denke, das ist so ganz gut gelungen. Dann haben wir uns dann auch schon mal an, wenn wir uns dann zum Beispiel in der Party kommen. Ich denke, das ist so ganz gut, dass wir uns dann auch immer noch haben. Wie geht es? Vielen Dank. Wenn ich die Wagen reine, habe ich das dann drüber, bitte ein, so ganz trockener Riemen. Die kann ich ausnehmen, die Räten, die nur so einstellt. Aber das ist eigentlich ein Stück, das ist von hier, von hier ist es überall. San Luti, der San Vittore heißt Grüße aus San Vittore auf Italienisch. Und es ist so, dass wir uns dann überlegt haben, jetzt für diese Ausstellung, für die Zuschauer, eine Postkarte zu machen. Wenn der Zuschauer auf diesen Knopf drückt, löst er ein Foto aus. Er fühlt sich als Fotograf auf dieser Anlage und er bekommt dann ein Foto dieser Anlage als Postkarte mit dem San Luti da drin die Tore. Dahinter ist einige Technik, das ist ein alter Computerdrucker, den wir dann umgebaut haben. Und die Kinder waren doch sehr, sehr dabei und haben immer wieder versucht, diesen Knopf zu drücken. Da mussten wir das manchmal schon ein bisschen bremsen. Wir sehen ein Holzbetrieb. Ich bin in den Südstaaten von Amerika, jeder baut ja die Anlagen in Nordamerika. Es ist ja auch so, dass die auch im Süden waren, aber keiner macht das im Modell. Ich war im Internet im Suchen und da irgendwo fand ich eine Sumpfanlage, Sumpfbetrieb. Anfang 1900, 1910, es war gelegen in Florida und Louisiana ungefähr. Und die hieß, das hieß da, der See hieß Lake Luisa. Und zum Namen der Anlage haben wir das genommen als Hauptname, Lake Luisa Railroad. Wir holen uns das Holz aus dem Sumpf und bringen das zu einer virtuellen Sägerei. Man sieht das nicht, aber die ist da. Und wir bringen das fertige Holz wieder zurück zum Wasser und das wird dann mit Bord abtransportiert. Wir fahren alle mit Bachmann-Loks, mit einigen Umbauten und anderen Sachen, aber alles Bachmann. Meine Frau hat mitgebaut, sie hat alle Bäume gemacht, die Sumpfbäume und auch weiter alles Grüne in Syrien verarbeitet. So drei Vierteljahr bis ein Jahr. So drei Vierteljahr bis ein Jahr. So drei Vierteljahr bis ein Jahr. So drei Vierteljahr bis ein Jahr carbhr taste. So drei Vierteljahr bis ein Jahr und französisch. So drei Vierteljahr tôms��~~ So drei Vierteljahr bis ein Jahr. So drei Vierteljahr Ausgleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir haben viel gute Response gehabt jetzt, weil die meisten kennen nicht die Waldbahn-Lokomotive. Hier in Europa sieht man fast nicht die stehenden Zylinder und schräge Zylinder bei Dampf-Lokomotiven. Ich denke, dass das eine gute Anlage ist für die kommenden vier oder fünf Jahre.